Das habe ich gehört, ja. Ich will sicher nicht an einem Boot kämpfen müssen. Vor allem nicht mit sechs Leuten drin. Wir kentern sicher. Im Moor. Wir sollten diese Idee verwerfen. Ich würde lieber aufhörens neben dem Boot kämpfen, bin ich mir sicher. Aber es ist richtig, wenn wir nicht mit irgendwelchen Untoten in einem Moor aneinander geraten wollen, so sie denn dann dort sind, sollten wir tatsächlich einfach die Straße nehmen. Dort werden wir höchstens mit was auch immer im Wald lauern könnte konfrontiert. Aber wir werden einen festen Boden unter den Füßen haben. Naja, unter ein bisschen Platz zum Ausfächern, wenn wir kämpfen, das wird wahrscheinlich, damit nick ich Richtung Ronga, wird es wahrscheinlich bei einem Kampf von Vorteil sein. Das ist richtig. Dann wird in der Hand gehoben. Sollten wir übrigens in irgendein Gefecht mit anderen Magiekundigen Mögen die Götter das verhüten oder irgendwelchen nicht-derischen Kreaturen geraten, dann würde ich darum ersuchen, dass ihr euch halbwegs nahe bei mir haltet. Oh, seid ihr Anti-Magierin? Ja. Ah, sehr schön. Dementsprechend, ich kann einen Teil von uns schützen, wenn wir nah genug beieinander bleiben. Ich werde mich bei euch halten. Mit einer kurzzeitig schimmernden Kuppel. Richtig? In der Tat. Macht ihr das auch so? Nun, es ist eine gängige Maßnahme gegen eine ganze Menge Dinge, ja. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die ich tun könnte, aber die Kuppel dürfte allgemein gültig und wirksam sein. Ja, das wird uns auf jeden Fall schützen. Und für den Angriff, ich klopfe dabei auf mein Schwert, da hilft immer noch geweihter Stahl. Das ist klar. Das reicht. Und dann brechen wir auf. Dann sind die Schultern gehoben. Da wir hier nun dann nicht vorhaben, ein Boot zu nehmen, würde ich sagen, lassen wir uns hier noch eine Mahlzeit für den Abend mitgeben und dann können wir das gerne tun. Das ist eine hervorragende Idee. So könnt ihr euch versorgen und mit einer Mahlzeit für den Abend und vielleicht auch die nächsten Tage ausstatten, Trockenfleisch oder was auch immer es sein soll. Bis ihr dann von Ochsenweide aufbrecht. Über matschige Wege, trotz des Hoch sommers, könnt ihr dann auf die richtige Handelsstraße überleiten, die dann auch nach Ochsenmarkt führt, wo ja, trotz dessen, dass Ochsenweide die Hauptstadt der Baronie ist, dann doch etwas mehr los sein sollte, könntet ihr zumindest vermuten, auch wenn ihr selber noch nie hier wart, mit Ausnahme von Bauer Rogel. Dann dämmert es und ihr könnt erkennen, wie um euch herum links und rechts das Ochsenmoor und auch der Ochsenforst, die beiden Wälder, auf euch zuwachsen, während ihr die Straße in Richtung Süden geht. Es dunkler und dunkler wird und trotz der Jahreszeit ist irgendwann... Wann sollte Uhlenwacht kommen? Ein letztes kleines Dörfchen, was ihr am Ende des Abends noch erreichen solltet, zumindest lauter Rekate. Und dann wird der Wald immer dichter und dichter um euch herum und ihr könnt es knacken hören. Aber Uhlenwacht? Keine? Es gab mal einen Wegweiser, der runtergezählt hatte, auch sowas wie ein Meilenstand, aber verwittert oder vermodert, abgebrochen, abgetreten. Wo es Uhlenwacht. Es wird dann irgendwann eine Augenbraue hochgezogen. Unterwegs könnte auffallen, die Magierin scheint gerne mal über die eigenen Füße zu stolpern. So mittendrin, ganz unverhofft und das auch gewohnt zu sein. Ich weiß ja nicht, ob wir die ganze Zeit jetzt weiter wandern wollen, aber ich für meinen Teil gehöre nicht zu den Kreaturen, die wir Elfen und Zwerge hervorragend im Dunkeln schauen können. Wollen wir also, solange wir noch ein wenig Licht haben, einen Lagerplatz aufschlagen oder wollen wir weiter die Straße entlang gehen und hoffen, dass wir den Ort noch treffen und sogar eingelassen werden? Ich weiß nicht, was ist das für ein Ort? Nun Uhlenwacht, ist laut der Karte irgendein Ort. Ich war noch nicht hier, wahrscheinlich ein Dorf oder dergleichen. Was hast du davon gehört? Ich bin einmal durchgekommen. Auf dem Weg zum Viehmarkt, nehme ich an. Richtig. Also, also, also wenn wir ankommen, dann bin ich sicher, dass sie uns einlassen, weil, das hier ist Travialand. Das ist wahr, das sagt noch die Gewalten. Steht es dann noch? Was meint ihr? Ob es noch steht, das Dorf. Ich meine, wir sind hier auch an Ruinen vorbeigekommen. Ich hoffe. Mittlerweile ist selbst die Straße ausgetreten. Die Steine, die dort ehemals lagen, werden weniger und weniger und der Wald hat sich sein Territorium über die Zeit zurückerobert. Auch wenn es nur ein Jahr war, was seitdem angebrochen ist, aber er hat vielleicht mit der Kraft der Droiden sich alles zurückgeholt. Bis ihr dann irgendwann nicht einmal mehr wisst, ob ihr auf dem Weg noch geht und steht und tretet. Ihr guckt durch die Bäume an, sie sind alt und knorrig und verwurzelt und Moos, das über ihnen herüberhängt und dann könnt ihr auch noch erkennen, wie der Nebel vom vom Süden sich hinaufschiebt durch den Wald hindurch und es weiter neben dem Knarren und Knarzen auch noch einige Rufe gibt. Nun, meine Herren, ich denke, wir sollten uns jetzt ein Gesträuch suchen. Wir können natürlich auch Licht machen, aber dann geben wir ein hervorragendes Ziel ab. Hm, ich pflichte euch bei. Ich glaube, langsam ist es an der Zeit, sich einen Schlafplatz zu suchen. Hm, richtig. Wir werden auch in der Nacht nicht mehr den Weg wiederfinden, so wie es hier aussieht. In der Tat. Mit Glück finden wir etwas Geschütztes. Das wäre tatsächlich hervorragend, weil wir dann vielleicht auch ein kleines Feuer oder dergleichen entzünden können, falls wir das möchten. Ronald, äh, Roald, wollen, wir uns nach einem Lagerplatz umschauen, aber wir haben dafür die fähigsten Augen. Sollten wir, ja. Solange wir es nur können. Also gut, dann gebt mir doch mal bitte von eurem Führer beziehungsweise demjenigen, der hilft, eine, ja, witnesslebenprobe. Schauen wir uns kurz die Modifikation an. Seid ihr geländekundig? Wald. Wald, ja. Gut, gibt schon mal eine minus drei. Dann für jeden Such und den Held mit der passenden Geländekund wieder eine minus zwei. Dadurch, dass ihr jetzt aktuell zur Zweit seid, gibt es insgesamt eine minus fünf. Ihr werdet nicht verfolgt und müsst auch nicht auf Geheimhaltung achten. Es ist noch nicht dunkel. Ihr seid in einem, ja, nördliche Sümpfe. Es ist nicht das volle Moor. Es ist keine plus sechs. Es ist eine plus drei, die ich euch gebe. Und damit sind wir plus minus null bei einer minus zwei. Wer möchte würfeln? Ja, ich würde einfach mal in den Hut würde einfach würfeln oder ja, gut. Ja, ausgezeichnet. Dir bleiben zwölf Punkte und damit kannst du dir quasi alles suchen, was du brauchst. Euer Lager ist dementsprechend mit Gehölz in der Nähe, selbstverständlich, aber es ist eben auch Brennholz, was ihr daneben benutzen könnt. Also es ist trocken genug. Zumindest findest du Hölzer, die trocken genug sind, damit ihr ein Wachfeuer entzünden könnt. Euer Lager ist windgeschützt und regengeschützt. Es gibt keine Krabbeltiere und so weiter und so fort. Es ist kein Jagdrevier von größeren Tieren. Also du schaust dich ein bisschen um. Zumindest findest du keine Bärenspuren. Eine weitere Pferdenlesenprobe könntet ihr, könntet ihr dann auch noch mal uns geben, ob ihr denn andere Spuren findet. Nahrungsversorgung, Verteidigungsmöglichkeit, versteckt und so weiter. Trockener Untergrund, ebener Untergrund. Wo möchtet ihr auf der Karte denn lagern? Könnt ihr euch eine beliebige Stelle aussuchen. Könnt ihr das auch gerne diskutieren. Zumindest geht ihr gerade durch diesen Wald und trefft dann auf dieses kleine Flüsschen mit einer drübergelegten Brücke. ist das nicht ganz. Man könnte aber drüber hin und über tänzeln und so könntet ihr euch überlegen, wo ihr runterziehen mögt. Meint ihr diese Ruine dort auf dem Berg wäre praktisch? Turmruine meint, meinst du? Ja. Ist natürlich auch ein Augenfang. Natürlich. Aber gut zu verteidigen, ja, wenn da nicht zu viele Eingänge drin sind. sehr nördlich der Turmruine, am anderen Ende des Flusses ist ebenfalls eine kleine Ruine, aber scheint wohl viel zu offen zu sein. Ich sehe die Turmruine als guten Platz an. Notfalls könnte man sie auch mit Fallen sichern. Gut, ich denke, das sollte im Bereich unseres möglichen sein. außer mir ist mir beim Umsehen etwas aufgefallen. Spuren von Menschen und für eventuell diesen Untoten. Irgendwas dergleichen. Wir sollten wirklich die Turmruine nehmen. Sie ist gut zu verteidigen. Meinst du die Spuren da? Ja, ich habe sie auch gesehen. Mehrere. Ausreden. Egal, was es ist, was kommt aus Richtung Osten. Bleifend. Ein wirklich Untote gewesen zu sein. Gut, dann sollten wir den anderen davon berichten und unser Lager aufschlagen. Gut, ich sammle so lange das nötige Feuerholz zusammen, damit wir gleich ein Feuer machen können. So könnt ihr nach kurzer Suche die anderen wiederfinden, die stehen geblieben sind, und ja, es dämmert tatsächlich, der Nebel zieht weiter auf und wächst höher und höher und dann steht ihr in der kleinen Ruine, die ihr euch erkoren habt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Ja, lauschig, lauschig. Ich habe schon schlechter draußen übernachtet. Nur, es hat wenig genug Wasser, um nicht an den Islistein zu erinnern. Wir sollten auf jeden Fall auf die Umgebung achten. Ich habe Spuren gesehen von ungefähr zehn Leuten, schwer beladen oder bewaffnet. Jedenfalls sehr tief eingedrückte Spuren. Dann ist die Frage, ob wir Licht machen wollen hier oben, oder ob wir versuchen, im Dunkeln eher auf unsere Ohren zu vertrauen. Ich denke, wir könnten es wagen, Feuer zu machen. Gerade wegen der Ruine. Wenn wir die Eingänge etwas abdichten und vielleicht etwas aufhängen, dann sollte ein kleines Feuer nicht allzu schlimm sein. Wie hoch sind denn die Wände hier? Ich meine, wenn man ständig darüber schauen kann, bei einem von uns, wäre das bedauerlich. Wenn wir hier ein Feuer machen, werden wir auf jeden Fall gesehen, sollte irgendwer die Turmruine im Blick haben. Jedoch ist das kein ausschlaggebender Grund, kein Feuer zu machen. Wir werden nicht brauchen. Versteht mich nicht falsch. Ich versuche nur, es gegeneinander abzuwägen. Ich meine, ihr seid die Wildniskundigen, aber faktisch haben wir eine Sommernacht und dementsprechend wird es wahrscheinlich nicht übermäßig kalt oder nass, nehme ich an. Daher die Frage, ob wir überhaupt nichts machen wollen. Für Licht kann man schnell sorgen, falls es notwendig ist. Das ist nicht das Problem. Hat jemand eine Plane, womit wir das Feuer eventuell etwas abschirmen können? Naja, es sieht ja nicht nach Regen aus, oder? Oder hat es den Tag über nach Regen ausgesehen? Nee, ne? Ja, das wäre jetzt eine Wettervorhersage. Hä? Ich schaue mal jetzt zu unseren Wildniskundigen. Wie seht denn so, wie würdet ihr es einschätzen, würden wir heute noch Regen bekommen oder nicht? Meinst du, ob es in der Nacht regnet? Genau, kann ich das nicht sagen. Wir hatten noch Nebel. Heißt, es ist sowieso relativ gefeucht. Ja, aber dann bräuchten wir theoretisch keine Zelte. Dann könnte man die Zeltplan benutzen, um die Lücken ein wenig zu verhängen. was euch klar ist, wenn es Nebel gibt, dann gibt es keinen Regen. Wenn es Regen gibt, gibt es keinen Nebel. Das ist natürlich alles sehr, sehr klamm. Natürlich, eure Kleidung würde ich nicht trocknen, aber ihr könnt natürlich ein Lagerfeuer anzünden. Haldern ist sich relativ sicher. Erkennt die Gegend. Es wird wohl nicht regnen. Nein, wird das nicht. Also, der Nebel so ist wie jetzt, dann regnet es heute nicht. Gut, das heißt, wir müssten, falls wir Zeltplanen oder Überschüsse gedecken, haben tatsächlich nur die Eingänge verhängen. Was gar nicht so schlecht ist, weil wir dann definitiv mitbekommen, falls jemand versucht, sich dorthin durchzubewegen. Zumindest, wenn wir sie oben und unten befestigen. Nun, ich würde auch einfach meine Falle aufstellen. Nur für den Fall, falls hier irgendwelche Untoten sich anschleichen sollten. Das könnt ihr gerne tun, nur informiert dann bitte jeden von uns, wo sie liegt. Nicht, dass man beim Wasserlassen hineintritt. Ich werde es dort hinten in der kleinen Lücke auf unserer linken Seite aufstellen. Danke. Gibt es eine Möglichkeit von innen an den Bombenmauern hochzukommen? Also irgendwie eine Leiter, eine Treppe? Es gab mal eine Leiter, es gab auch mal eine Treppe, ja, aber man müsste da jetzt hochklettern. Das sind morsche, wirklich rutschig sind sie nicht, aber es sind morsche Steine, die man nach oben treten kann. Das ist nicht sonderlich schwer, das ist eine Kletternprobe plus drei. Okay. Schau ich mir das mal, auch oben die einzelnen Plätze, wo man da hingehen könnte, wo man da vielleicht sich auch hinsetzen könnte, um der Nachtwache alles im Blick zu haben. Aber halt das erstmal für mich. Der Baum, der ist ja auch in der Ruine drin, kann man da mit Hilfe von Baum und Mauer nach oben klettern auf die Mauer. Der liegt außen und wächst da so ein bisschen schief rüber, aber ja, könnte man natürlich auch noch benutzen. Also wenn du dir den so anguckst, an den Ästen nach oben ziehen, ja, klettern Probe plus null. Ja, ich sehe Roals Blick. Du denkst auch drüber nach, da hoch zu klettern, von da oben bessere Sicht zu haben, oder? Ja, man hat allgemein von dem Hügel hier eine gute Aussicht, aber wenn man über die Ruinen drüber sehen kann, wäre das natürlich optimal. Ja, der Turm wurde sicherlich auch an diesem Punkt erbaut, da er einen idealen Ausblick vom höchsten Punkt bietete. So, wenn wir da auf die Mauern klettern, können wir zumindest sicher sein, dass uns nichts überrascht, oder etwas sicherer. Gut, dann werde ich jetzt mal die Falle aufstellen gehen. Also, auf keinen Fall dort durchgehen. Gut, das heißt, du möchtest die Falle direkt an eurer Ruine aufstellen? In dem kleinen Durchgang. Okay. Gut, ich werde meine Zeltplane auspacken und die südliche Lücke schließen. Zuhängen. Möchtest du die Falle selber noch ein bisschen abtarnen, oder stellst sie die einfach dahin? Nee, natürlich möchte ich die auch ein bisschen tarnen. Das ist ja Eisen, das fällt doch auf. Ich suche mir ein paar Zweige, ein bisschen leichtes Laub. Ja, gehen wir mal eine Fallenstellenprobe, ich erleichtere sie dir um drei Punkte. Ja, Deine die ist mit 18. Ja, beziehungsweise maximaler THW sind 15. Dementsprechend würde die so nicht auffallen. Du sorgst natürlich so ein bisschen dafür, hast du ein bisschen mit Asche eingerieben, damit das Metall selber in der Nacht nicht glitzert oder reflektiert, wenn da irgendjemand mit einer Fackel vorbeikommt und sitzt ihr dann genauso, dass wenn man hindurchtritt über diesen Weg genau das Bein dann abschnappt. Ob es jetzt ein Mensch ist oder ein Untoter, aber das Bein würde sicherlich danach ganz anders aussehen. Gut, so könnt ihr Wachen einteilen. Aro würde gerne die Zweite haben. Wie sieht es mit den anderen aus? Was tut ihr mit dem kleinen Held an Rogel? Er ist mit den Augenbrauen gehoben. Ich wäre bereit, die erste oder die letzte Wache zu übernehmen. Die liegen mir tatsächlich am meisten, wenn das niemanden stört. Vielleicht möchte Meister Rogel sie ja mit mir halten. Ja, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe großes Vertrauen in euch. Nun, Meister Rogel, die Wache besteht darin, dass wir wach sind, während die anderen schlafen und wir auf unsere Ohren und Augen vertrauen, damit wir rechtzeitig warnen, falls sich jemand nähert. Äh, gut. Nun, dann würde ich die erste Wache übernehmen. Dann übernehme ich die Horns Wache, weil ihr ausschlafen könnt. Nehmen wir die letzte. Ja, haltet sie dann zusammen? Ich denke. Dann werde ich mich auch der ersten Wache anschließen. Es macht, da wir genug Leute sind viel mehr Sinn, wenn wir zu zweit wachen. Zum einen können wir uns gegenseitig wach halten, zum anderen kann, selbst wenn einem etwas passiert, der andere Alarm schlagen. Echt habt ihr? Hin und wieder habe ich meine lichten Momente. Jetzt untertreibt ihr aber. Das hoffe ich. Und wenn dann alles machen was machen wir eigentlich mit der großen Lücke hier zu unserer Rechten. Nun, ich denke, das ist die, die wir im Blick behalten werden. Und wir sollten darauf achten, dass wir die Lücke Gen 4 und nicht ganz außer Acht lassen. Wir sollten eventuell noch einige kleine Ästchen ausstreuen, dass man nicht einfach vorbeischleichen kann, wenn man mal unaufmerksam wird. Das ist richtig. Sie würden Lärm machen, wenn jemand darüber tritt oder durchläuft. Ein guter Gedanke. Dann werde ich einige Ästchen suchen. bin. So könnt ihr aufbrechen, um kleine Stöcke und Ästchen zu schanzen und die dann in einiger Entfernung um den Turm auszulegen, sodass, wenn sie gebrochen werden, in Höreichweite sind und ihr rechtzeitig gewarnt werdet. Ob ihr dadurch aus einem Schlaf hochschreckt, ist eine andere Sache. Aber vielleicht kann die Nachtwache dann sich dementsprechend in die Richtung fokussieren. Gerade wenn man in absoluter Dunkelheit kämpft oder sich jemand anschleicht, wäre das natürlich fatal. Und somit verabschiedet sich das Prajos mal am Himmel und Marder zieht auf. Es wird dunkler und auch frischer. Weiterer Nebel, der von dort aus aufzieht. In dieser Turmruine liegen hier genügend Trümmerstücke herum, um eine eventuelle Feuerstelle ein kleines bisschen abzuschirren. dass der Feuerschein nicht ganz so klar zu sehen ist. Wenn ihr euch dazu entscheidet jetzt Feuer zu machen, ja, Bruchstücke, Bruchsteine würde hier auch herumliegen von eingestürzten Treppenteilen, die ehemals nach oben geführt sind. Du vermutest wohl, dass hier irgendwas mal gebrannt hat. Zumindest ist der Stein so rußig, dass auch ein oberer Teil aus Holz dann wohl vor langer Zeit man abgebrannt ist. Ich glaube mir so den Ruß wieder von den Händen, die wahrscheinlich auch schon leicht feucht von dem ganzen Nebel sind. Wie sieht das aus? Feuer ja oder Feuer nein? Mit Feuer könnten wir noch zumindest etwas kochen und etwas vernünftig warm machen. Ich denke, das müssen wir ganz zufrieden. wir haben ja was Gutes für heute Abend mitgenommen. Richtig, eine Mahlzeit haben wir. Das ist richtig. So kalt ist es auch nicht. Aber wenn niemand etwas dagegen hat, dass wir gegenseitig die Wolldecken benutzen, in denen die vorhergehende Wache geschlafen hat, dann können wir die zwei Wolldecken, die vakant bleiben, dazu nutzen, ein kleines Dach oder der gleichen zu bilden, unter dem man schläft. dann stört der Nebel nicht ganz so sehr. Da habe ich kein Problem mit. Gut. Ihr seht, dass Ado sich gerade abgesetzt hat. Er war gerade dabei, seine Hündin zu streicheln und dann schaut an die Bruchstücke und schaut mal. Was denn? Hier, da ist eine Schlange im Stein unter der Asche, wenn man die Asche hier ein Stückchen weg macht und streiche mal so den Boden frei, dann seht ihr das unter der Asche ein bisschen verwachsen, eine Schlange, eine stilisierte Schlange, die sich durch einen Pfeil windet, zu sehen ist. Ob das das wohl heißen mag? Ob das überhaupt was heißen mag? Reicht. Einfach nur ein schönes Bild. Naja, weil das schon im Mauerwerk drin ist, da achte man genau drauf, was drin sein soll. Sagt mir das irgendwas Frosty? Wäre heraldig? Nee. Götter und Kult? Schon eher. Das könnte ich auch anbieten. Schauen wir mal, ob genug Punkte überbleiben. Ja, Schlange, Pfeil, könnte eine Mischung sein, aus Avis, Sinde, Pfeiron, boah, du hast das eigentlich nicht so mit den Göttern. Eigentlich sind es ganz andere. Du sagst, das ist nicht wirklich, was die Schlange steht für Sinde, aber ansonsten, was baue ich aus? Meint ihr das? Das werden die Schultern gehoben. Viel weiter damit nicht. Jetzt sind du die Schlange. Das ist halt ein Bild, ne? Naja, glaube ich, wir können uns schlafen legen, beziehungsweise wer macht die erste Wache? Also, also, wenn das ein Wappen ist, ist das nicht von hier. Wir sind Travia-Leute und der Stier. Das ist Baumeister, Rogel. Glaube aber nicht, dass wir uns darum großartig kümmern müssen, außer jemand von euch, werde ich mich jetzt hier hinlegen und auf diesem schönen Symbol schlafen. Ich glaube nicht, dass euch das Wappen schaden wird. Das hoffe ich. Die Zeit vergeht. Um euch herum wird das Knacken, das Wald ist lauter und ihr meint, ihr könnt Gesänge wahrnehmen. Tore fühlt sich so ein bisschen an die Heimat versetzt. Torwaltsche Gesänge, das kann gar nicht sein. Die sind weit entfernt. Aber ich habe doch von den Torwohnern gehört, die bei Werheim gekämpft haben, vor so langer Zeit auf dem Mytrails Feld, oder nicht. Wir haben zwar am Derge liegen, aber auch das ist weitere Reise. Ja, meine Gedanken kreisen, genau dieses Thema über meine verlorenen Brüder und Schwestern, die sich dort in die Schlacht geworfen haben. Und ja, ich ziehe den Umhang etwas enger. Ja, Schlafstörungen kannst du gerne mal würfeln. Willst du einen W, was ist denn das W4? Jede vierte Nacht, ne? Ja, genau, ein W4. Was? Nein. Machen wir eine W4. Ansonsten, wenn wir keine Mondphase haben. Ja, ich bin ein Held. Du bist ein richtiger Held. Du hattest die letzte Wache, ne? Ja. Dann legst du dich mit als erstes hin und das, was für Tore wie Torwalsche Klinge in der Finsternis oder im Moor im Nebel klingt, ist für dich die Schmerzensschreie, die aus Özilia wieder hinüberwehen. Du erinnerst dich, die erste von den Archen aus dem See auftauchte, als die Untoten das allererste Mal gegen die Mauern brandeten und diese Gefahr noch eine neue war. Man hatte noch Rauchzeichen aus Mendena erkannt, doch dann schwappte die Finsternis mit dem Herrmeister Helm Hafax über ganz Tobrien und ehe ihr euch versahht, seid ihr das erste Mal im Kampf gegen Untote einer nach dem anderen gefallen eine Hand die abgeschlagen wurde ein Bein doch der Schwert Hieb wurde einfach weitergeführt keine Schmerzen die sie gespürt haben kein Selbsterhaltungstrieb die Dämonen die aus dem Himmel kamen und Feuerfässer herunter regneten du kannst ihre Zahl ihre Zahl ist Myriade sie sind Legion sie sind viele und während ihr euch alle so im Schlaf dreht und windet und Edith wieder nach oben schreckt können die anderen die wer hat die erste Wache sind Schärfeprobe hören ist es viel zu dunkel um irgendwas zu sehen ist es neblig Roald und Tura hatten die erste ne Dämmerungssicht Dämmerungssicht jein nein würde nicht zählen weil ihr erstmal was hören müsst bevor ihr seht